Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Der Bauer Arno braucht ein sauberes Bett für seine kranke Frau Martha. Der Bauer Arno braucht ein sauberes Bett für seine kranke Frau Martha. Die beiden leben auf der Straße. Ich weiß, die beiden befinden sich in einer sehr schlimmen Lage. Das kann nicht so weitergehen. Eigentlich bräuchten wir einen Schlafplatz für besonders schlimme Fälle. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich Arnos Frau unterbringen soll. Naja, vielleicht fällt dir ja was ein. Vielleicht bei Costa? Wir werden sehen. Kann ich noch etwas für dich tun? Kann ich noch etwas für dich tun? Hm, nein. Ich denke, im Moment wäre das alles mein Sohn. Vielleicht später. Okay. So, ich würde jetzt aber einmal speichern wollen. Und nochmal gegen den da versuchen anzutreten. Was ist, Würstchen? Wenn ich dir mal so richtig die Fresse polieren soll, musst du dich nur melden. Wenn du nicht reden willst, müssen wir wohl kämpfen. Ist mir ein Vergnügen, Penner. Zeit für eine kleine Lektion. Okay. Vielleicht schaffen wir den. Okay. Vielleicht schaffen wir den. So. Ja. 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 So. Der ist machbar. Ja. 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 Ein Schild will ich haben. Nein. Schild. Kriegsschild. So. Ähm. Jetzt haben wir einen besseren Schild. So. Jetzt fang an zu reden. Jetzt fang an zu reden. Hey. Ich wollte Don Esteban nicht ans Bein pinkeln. Aber genau das hast du getan. Du hast sein Kraut geklaut. Du hast Don Esteban ans Bein gepinkelt. Aber. Aber ich hatte nicht vor das Zeug in der Stadt zu verkaufen. Sondern? Ich. Ich wollte es in der Vulkanfestung verkaufen. Die Rekruten in der Festung sind doch alles Verbrecher. Das sind doch alles Krautraucher. Und weiter? Und die haben doch das Gold aus den Ruinen. Die sind doch alle reich. Wer steckt alles mit drin? Wer steckt alles mit drin? Nur ich. Und das soll ich glauben? Glaub doch was du willst. Für mich ist es eh gelaufen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Dich haben sie wohl zu heiß gewickelt? Nach der Scheiße, die du mit mir abgezogen hast? Vergiss es. Okay. So. Wer wollte das haben, das Zeug? Nochmal. Für wen war das? Für ihn, oder? Ich will es nicht hören. Hey, du! Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Ich will aber mit Carlos nicht reden. Ich will nicht von... Teil von denen werden. Äh. Ach stimmt. Was für Dings war das? Ich möchte nicht mit Carlos reden. Ich möchte kein Teil von denen werden. die sind mir zu unsympathisch. Die sind mir zu unsympathisch. Wieso Edgar? Nee, er war es nicht. Äh... Wiesel? War es Wiesel? Hier sind die Pakete, die du wolltest. Hier sind die Pakete, die du wolltest. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Du hast dir gerade einen Haufen Gold verdient. Äh... So, jetzt erzähl mir, wie ich die Händler ausnehmen kann. So, jetzt erzähl mir, wie ich die Händler ausnehmen kann. Gut, ich werde dir sagen, wie es läuft. Es gibt zwei lohnenswerte Ziele für uns. Da wäre zum einen Konrad, der Warenhändler. Er nimmt's von den Bauern und verkauft es mit fettem Gewinn weiter. Und dann Alvaro, der Waffenhändler. Da der einzige Schmied in der Stadt für ihn arbeitet, diktiert er die Waffenpreise. Wie kassiere ich die beiden Händler ab? Verschaff dir zunächst einen Überblick. Sprich mit ihnen. Vielleicht kaufst du was. Du musst rausfinden, was sie beschäftigt. Welche Probleme sie haben. Und welche Schwächen. Wenn wir ihre Schwächen kennen, können wir sie gegen sie benutzen. Okay, Alvaro abkassieren und Konrad abkassieren. So, Gary. Äh... So, ich will jetzt die Wahrheit hören. So, ich will jetzt die Wahrheit hören. Äh, Kata ist schuld. Er wollte, dass ich etwas von dem Kraut zur Seite schaffe und an ihn verkaufe. Was hast du dafür gekriegt? Fleisch. Und etwas Gold. Aber das war nicht viel. Und ich habe auch nichts mehr. Bitte sag's nicht, Carlos. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Ich werd's auch nie wieder tun. Hau schon ab. Oh, danke. Was hat was? Gary? Kannst du mir die Grundlagen der Alchemie beibringen? Kannst du mir die Grundlagen der Alchemie beibringen? Natürlich. Äh, gerne doch. Das ist kein Problem. Äh... Ne. Ich... Warte mal, was? Du musst noch mehr Erfahrung sammeln. Achso. Ich habe keine Lernpunkte. Äh, wo war denn das? Hier. Vier Lernpunkte. Okay. Kann ich mich irgendwo schlafen legen? Marcello? Ne. Bürgerin? Alvaro. Lass mich raten. Du willst deine Waffe kaufen. Ein paar Klingen habe ich noch da. Reparaturen und Schleifarbeiten dauern länger. Also, was darf's sein? Äh, dein Schmied... Dein Schmied arbeitet ziemlich hart, oder? Dein Schmied arbeitet ziemlich hart. Ja, die Geschäfte laufen gut. Viel Arbeit, aber auch viel Gewinn. Du solltest weiter eine Pause gönnen. Sonst bricht er noch zusammen. Ach was? Er ist stark wie ein Ogre. Aber auch ein Ogre kann nicht ewig arbeiten. Hm. Weißt du was? Du hast recht. Aber die Arbeit muss trotzdem getan werden. Äh... Was brauchst du? Was brauchst du? Hier im Händlerviertel laufen zwei Knechte rum. Und hier ist ein Beutel voll Gold. Finde die Knechte, bezahl sie und sag ihnen, sie sollen für mich arbeiten. Und dann gönnst du Walter eine Pause. Er soll noch den Klingenstab für Marcelo fertig machen. Dann kann er sich ausruhen. Okay. Schickt die Knechte nach Hause. Ähm... Walter? Wenn ich jetzt mit Wiesel nochmal rede... Was denn? Was willst du? Okay. Dann muss ich einmal kurz nochmal zu Konrad. Der war da vorne. Konrad. Hast du Arbeit für ein paar kräftige Hände? Hast du Arbeit für ein paar kräftige Hände? Nein, nein. Ich bezahle schon genug Arbeiter. Was war das denn jetzt? Dann brauchst du vielleicht jemanden, der dich... Kannst du mir ein bisschen Gold geben. Dann brauchst du vielleicht jemanden, der dich beschützt. Was soll das denn werden? Bedrohst du mich etwa? Nein. Hörst du etwa zu den Banditen? Jetzt sag ich dir mal was. Passiert ja auch nur ein krummes Ding. Mach ich dich fertig. Ne, Konrad. Ich weiß nicht was... Ich hörte, dass Konrad mit dir geschimpft hat. Mach dir nichts draus. Er ist ein gemeiner Kerl, der es nur auf unser Gold abgesehen hat. Ähm... Wo sind Konrads Kühe? Wo sind Konrads Kühe? Er hat sie in einem Gehege am hinteren Stadttor. Dort lässt er sie von einem Bauern bewachen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Hat er überhaupt einen Namen? Nur unsere Elsa haben sie bisher verschont. Aber das sollen sie bloß nicht wagen, mir die Elsa wegzunehmen. Äh, wegen deiner Söhne? Ne. Da hab ich nichts Neues. Okay. Elsa! Konrad hält ein paar Kühe beim hinteren Stadttor. Konrad hält ein paar Kühe beim hinteren Stadttor. Schon mal nicht schlecht. Und weiter? Er lässt sie von einem Bauern bewachen. Dann sieh dich dort mal um und sprich mal mit diesem Bauern. Okay. Ist aber auch komisch, dass mir einfach sofort auch 120 Gold anvertraut wurden. Von dem, äh... Von Alvaro. Erst hörte man ein Grollen. Dann siebte die Erde. Äh, sieh man? Ne. Äh, hintere Stadttor war da hinten. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von den Bauern verdroschen. So, Bauer. Hallo, Bauer. Hallo, Fremder. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich hatte Glück. Der Händler Konrad bezahlt mich, damit ich auf seine Kühe achtgebe. Den anderen ist es nicht so gut gegangen. Ja, ja. Das ist das Gesetz des Inquisitors. In der Stadt seid ihr sicher, haben sie gesagt. Aber dass wir nicht satt werden, davon hat keiner gesprochen. Du bewachst die Kühe? Du bewachst die Kühe? Ja. Außerdem füttere und melke ich sie. Die Bertha hier. Das ist die beste Kuh, die wir haben. Ihre Euter sind so dick und prall, dass die Milch nur so rausspritzt. Ja, sie ist ein echtes Prachtstück. Kein Wunder, dass Konrad will, dass ich sie bewache. So, so, wie Werther, also. Kuh? Werther. Äh, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Hey, kennst du nicht das Gesetz des Inquisitors? Aber... Jetzt verschwinde endlich. Ja, ja, schon gut. Später vielleicht. Okay. So, und wen soll ich jetzt hier fragen? Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Ähm. Hier gab es doch Leute, die... Hi. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen. Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen. Also frag mich nicht sowas. Worauf passt du auf? Worauf passt du auf? Auf Costa. Er will keinen Ärger. Ärger mit wem? Gäste, die nicht zahlen. Oder sonst jemand, der ihm ans Bein pissen will. Arbeitst du für Costa? Arbeitest du für Costa? Ei, hier verdiene ich wenigstens ein bisschen Gold. Unten am Hafen ist nichts mehr zu holen. Keine Schiffe, keine Arbeit. Dann doch lieber hier aufpassen. Du bist also ein Schläger? Du bist also ein Schläger. Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Nee, ich will nicht gegen Kämpfen. Äh, Costa? Willkommen. Ich bin Costa, der Pfandleier. Ach, so einer. Äh, Delgado wartet auf sein Gold. Äh, Delgado wartet auf sein Gold. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Schön für Sie. Was hab ich damit zu tun? Solange der Mist mit Delgado nicht geklärt ist, habe ich für so einen Quatsch keine Zeit. Äh, Delgado wartet auf sein Gold. Delgado wartet auf sein Gold. Da kann er lange warten. Ich bezahle nicht mehr. Ich befürchte, das wird Delgado gar nicht gefallen. Soll das etwa eine Drohung sein? Mach dich nicht lächerlich. Ich hab mir selber einen Schläger besorgt. Fuller passt jetzt auf mich auf. Euren Schutz könnte euch sonst wohin stecken. Von mir kriegst du nichts. Kann ich mit Delgado noch mal reden? Mach dich nützlich. Ich nehme noch mal einen kleinen Haltbank. Zeig mir, wie gut du bist. Was? Du willst dich hier mit mir prügeln? Ja. Ja, komm her. Gut, dann schauen wir mal, wie gut du bist. Bringen wir es hinter uns. Das ist echt das Letzte. Das ist echt das Letzte. So. Nehme ich mit. Wo ist ein Schwert hin? Wo ist ein Schwert hin? Knüppel. Hast mächtig was auf dem Kasten, muss ich schon sagen. Hast du genug? Ja, ich habe genug. Mit dir lege ich mich nicht mehr an. Pass auf, ich schlage vor, wir vergessen die Sache. Okay, Fuller. Suchst du wen? So, nochmal einen Haltbank. Und vielleicht... schnaguliere ich nochmal was. So. Und nochmal speichern. In der kleinen Haltbank. Äh, Kosta. Du willst also nicht zahlen? Ist das dein letztes Wort? Pass mal auf, Kleiner. Es war nicht sehr klug von dir, dich mit Delgado einzulassen. Du hast dir die falsche Seite ausgesucht. Don Esteban ist nicht mehr hier. Und die Stadt untersteht jetzt dem Orden der heiligen Flamme. Von mir kriegt ihr nichts mehr. Und ja, das ist mein letztes Wort. Dann muss ich mir, äh, das Gold wohl einfach nehmen. Dann muss ich mir das Gold wohl einfach nehmen. Du willst dich also mit mir anlegen? Bitte. Fuller! Den kannst du vergessen. Den habe ich schon erledigt. Ich habe gleich gewusst, dass der Versager nichts taugt. Also gut, dann nur wir beide. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ja! Ja! Okay, der, der ist flink. Ähm. Immer feste drauf! Immer feste drauf! Weiter! Der hat genug. Sauberer Schlag. Ja. So. Das wird noch Ärger geben. Ja. Glaube ich auch. So, Kosta. Mieser Schläger. Was willst du? Reicht dir mein Gold noch nicht? Ich hatte dich gewarnt. Ja, ja. Ich weiß. Du kannst nichts dafür und hattest deinen Auftrag. Genau. Also am besten vergessen wir die Sache und tun so, als wenn nichts passiert wäre. Gut. Schließlich muss es weitergehen. Ich glaube, der verkauft mir nichts mehr. Äh, Delgado? Äh, hier ist Kostas Goldbörse. Hier ist Kostas Goldbörse. Sehr gut. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Wollen wir doch mal sehen. 150 für mich, der Rest für dich. Ich werde Skordo berichten, dass du gute Arbeit geleistet hast. Wer ist Skordo jetzt? Äh, wer ist Skordo? Erzähl mir von Skordo. Hey, eigentlich hätte ich seinen Namen noch nicht einmal erwähnen dürfen. Ich kann dir nur so viel sagen. Skordo leitet die Geschäfte des Don hier in der Stadt. Wo kann ich ihn finden? Gar nicht. Er hat sich versteckt. Er wird dich finden, wenn es soweit ist. Und jetzt verlieren wir kein Wort mehr darüber. Klar? Okay, äh, wie machen wir jetzt weiter? Wie machen wir jetzt weiter? Wenn du noch ein bisschen in der Gosse bleiben willst, kannst du ja mal versuchen, bei Josch abzukassieren. Da kommt meistens nicht besonders viel bei rum, aber man nimmt mit, was man kriegen kann. Ansonsten solltest du einfach die Ohren aufhalten. Es gibt genug Probleme, aus denen du Kapital schlagen kannst. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich halte mein Wort. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du ein guter Taschendieb wirst. Was kann ich mir beibringen? Ich werde ein besserer Dieb werden. Geschick kann ich mir beibringen? Taschendiebstahl? Mehr nicht? Okay. Wo kann ich Akrobatik lernen? So, wer ist das jetzt bei? So, für ihn, für Luca muss ich ja noch wen verpügeln. Den, den Vasili. Weichern, äh, hier. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ich habe Bier ausgeliefert und war in fast allen Häusern. Ist dir das von alleine eingefallen, du Schlauberger? Hm. Na schön. Komm, ich werde dich umhauen. Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Na, dann zeig mal, was du kannst. Ja! 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 Hör auf! Jo! Jetzt haben wir ihn. Pester für Vasili's Rüstung. Haben wir... Wir haben jetzt drei von fünf, ne? Äh, Luca? Frag jemand anderen. Und der eine hat die noch. Und dann geht's in die Ruin. So, wen musst du dir aber jetzt nochmal fragen? Wegen Dingens. Äh, Best, nicht, hier, oder? Äh, das Familienerbstück. Ein geheimen Raum im alten Haus. Ja, äh, Delgado hat mir einen Tipp gegeben, dass ich noch bei Josch abkassieren kann. Wacht statt. Till das Söhne heißen Beppo, William und Marvin. Waffenstadt. Jack braucht einen Rum. Findet in Spitze sein. Previous will, dass ich die Einbrüche untersuche. Er glaubt, dass Sid jemanden geschickt hat, um die Häuser auszuspielen. Die soll den Spionfin finden. Es wurde bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, dem Fellhändler und Baxter, dem Rufwand lang. Flavio hat Vasili, Doyle und Pavel gesehen. Baxter hat Doyle, Vasili und Moe gesehen. Doyle. Der fehlt noch. Ich glaube, Doyle ist es. Wo war Doyle nochmal? Ich glaube, hier war er, oder? Komm, ich leg mich hier mal schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Gilles? Er könnte mich sehen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Er hat mich nicht gesehen, wie ich geklaut habe. Okay. So. Ähm. Ey, ich wollte da ran. Gab es hier jemanden namens Doyle? Cole. Was willst du hier? Oder hier? Warum bist du hier? Ich suche jemanden namens Doyle, Kata. Bart? Hey, du. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wenn ja, dann hätte ich da was für dich. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Mein Name ist Bart. Ich bin Schatzsucher. Genau wie meine beiden Brüder auch. Das liegt in unserer Familie, würde ich sagen. Es gibt noch mehr von deiner Sorte? Allerdings. Genau genommen sind wir drei. Olf und Düta sind meine Drillingsbrüder. Auch das noch. Woran arbeitest du gerade? Woran arbeitest du gerade? Um ehrlich zu sein, zur Zeit dann gar nichts. Wie du sicher mitbekommen hast, haben die Weißen die Stadt abgeriegelt. Naja. Und innerhalb der Stadtmauern gibt es in der Regel nicht so viel zu tun für einen Schatzsucher. Ich hoffe, dass Olf bald wieder einen vernünftigen Job für uns auftreibt. Ich will wieder in die Ruinen. Ihr Drillinge seid getrennt unterwegs? Ihr Drillinge seid getrennt unterwegs? Düta habe ich schon seit Tagen nicht gesehen. Aber man sagte mir, dass Olf irgendwo im Händlerviertel gefangen gehalten wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Scheint dich aber auch nicht sonderlich zu beunruhigen. Olf ist ein harter Bursche. Der wird sich schon irgendwie selbst helfen. Wie immer. Ich werde mir das mit deinem gefangenen Bruder mal ansehen. Ich werde mir das mit deinem gefangenen Bruder mal ansehen. Wenn du meinst. Schaden kannst nicht. Und was für ein Artefakt hast du denn anzubieten? Was für ein Artefakt hast du denn anzubieten? Eine große goldene Schale. Wenn du sie haben willst, kostet dich das 150 Goldminzen. Lieber noch nicht. Äh, Josh? Äh, ich bin der Nachfolger von Delgado. Ich bin der Nachfolger von Delgado. Oh, das hört man gerne. Willst du ein Bier? Geht natürlich aufs Haus. Äh, ein Bier wäre gut. Ein Bier wäre gut. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Was kann ich für dich tun? Äh, ich wollte das Gold abholen. Ach, so ist das. Mhm. Was ist? Wenn du unbedingt willst, bekommst du natürlich dein Gold. 100 Goldmünzen. Wie immer. Klingt, als kommt da noch ein Aber. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber ich hatte mit Delgado eine Vereinbarung. Was für eine Abmachung. Was für eine Abmachung. Nun, ich habe meine Schulden sozusagen abgearbeitet. Was meinst du damit? Naja, ich habe meine Ohren offen gehalten und Delgado gesteckt, wo man was holen kann. Dafür musste ich dann nichts zahlen. Natürlich gibt es auch ein Freibier. Äh, Tipps und Freibier sind in Ordnung? Ich will was trinken. Ah, komm. Tipps und Freibier sind in Ordnung. Puh, da bin ich aber froh. Der Laden läuft nämlich nicht besonders gut. Hier ist schon mal dein Bier. Ach, dankeschön, noch ein Bier. Äh, so, was ist denn jetzt mit den Tipps? So, was ist denn jetzt mit den Tipps? Hast du was für mich? Klar, ich halte mein Wort. Kennst du Jack, den Leuchtturmwärter? Ja. Letzte Woche ist er hier reingewankt, sternnagelvoll. Und? Er hat die ganze Zeit davon gefaselt, dass heute sein Glückstag ist. Und er einen wertvollen Ring gefunden hat. Und ich weiß, wo Jack seinen Truhenschlüssel versteckt. Wo ist Jacks Truhenschlüssel? Wo ist Jacks Truhenschlüssel? Jacks Turm hat zwei Räume. Die Truhe ist oben, Jack selbst lebt unten. Der Schlüssel ist unten. Er hängt ihn immer hinter einem der Pfosten. Hinten in der Ecke, wo die Fässer stehen. Hinten in der Ecke, wo die Fässer stehen. Okay, danke dir. Okay, immer jemanden, der Informationen hat. Das ist doch super. So, wen kann ich jetzt aber hier zur Arbeit bringen? Ich will es nicht hören. So. Probleme haben wir alle. Wo ist eigentlich der Kartenzeichner? Der Baxter ist nicht der Kartenzeichner. Hier? Du bist doch kein Dieb, oder? Ne, ich suche den Kartenzeichner. Jetzt lass mich mal vorbei. Wo ist der Kartenzeichner? Um. Hier unten? Okay. Sonst gibt es hier nichts mehr zu klauen. Hier speichere ich vielleicht einmal. So. Bester Volk, Jacks Truhe. Äh, hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Was ist das denn für eine Tür? Ne, das lasse ich mal. Ich will jetzt keinen Ärger kriegen fürs Aufknacken. Welche Nichtsnutze wollte er jetzt haben? Achso, äh, mit Wiesel müssen wir nochmal reden. Konrad hat eine ziemlich gute Kuh, die Bertha. Konrad hat eine ziemlich gute Kuh, die Bertha. Aha, damit lässt es sich doch arbeiten. Denkst du das gleiche wie ich? Verstimmt nicht. Er wird Bertha bestimmt vermissen. Und vielleicht wird dir Totin daran erinnern, dass er noch mehr zu verlieren hat. Ich soll die Kuh töten? Ich soll die Kuh töten? Nicht nur das. Du schneidest dir den Kopf ab und bringst ihn zu Konrad. Nein! Dann wird er mich umbringen. Bring den Schädel in sein Haus. Am besten in sein Bett, aber lass dich nicht mit dem Schädel erwischen. Dann kommst du wieder zu mir. Äh. Wie soll ich bitte in sein Haus kommen? Ne, ernsthaft? Wie soll ich bitte in sein Haus kommen? Und hier? Sauber. Ah, okay. Was willst du hier? Äh. Steck hier ja nichts ein. Ja, ich will wieder raus. Ich hoffe, du siehst dich nur um. Ich suche den Weg wieder raus. Das war die falsche Hürde. Suchst du was? Das war das falsche Haus. Da muss ich rein. Jetzt nur die Frage, wie komm ich denn da rein? Ah. Hier. Und hier. Okay. Ne, hier komm ich nicht rein. Nein, 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 nein. Ja. Konrads Bett. Was hat er so? Was hat er so? Schwache magische Heilung? Du bist doch kein Dieb, oder? Äh, nein. Ich gehe schon wieder. Moment. Kommt man an die Tour ran? Ne, ich glaube nicht. Ich gehe jetzt noch da hinten, wegen der Dings, äh, noch da klären und mit den goldenen Rüstungsteilen. So, wir haben jetzt auch insgesamt davon drei Rüstungsplatten und Bürostück eines goldenen Schwerts auch drei. Wir brauchen von allem fünf. Du musst du vorsichtig sein. Wir sind unberechenbar. Darüber wichtig ist gar nicht wahr. So, vielleicht muss ich jetzt noch mal kurz was essen. Oh, warte. Wir haben einen Topf, lebt er dann die 15. Ähm, komm, den Brathering. Die Äpfel können ich mal essen. Muss doch einen positiven Effekt geben auf Dauer, wenn man inne isst. So, Trauben auch. Geht mal voraus. Die Möhre. Einmal kurz speichern. Ähm, okay. So, Buddy. Ist er noch sauer auf mich? Kuss ist ja ein Ogre. Und noch mal von vorne. Und noch mal. Mist gebrochen. Noch mal von vorne. Okay. Abgebrochen. Wer sagt's denn? Ja. So, ich nehm alles mit. Hat keiner gemerkt. So, Lukor, ich hab deine Rüstungsplatten. Hier sind deine Rüstungsplatten für den Don. Hier sind deine Rüstungsplatten. Sehr gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu große Probleme, die Leute zu beraten. Hier ist dein Gold. Und deine 150 extra. Wie abgemacht. Hier, nimm das Gold. So, Storin. Okay, also eine Aufgabe haben wir noch. So, die Bäre. Nehmen wir mit. Was die Kuh angeht, ich krieg da echt ein schlechtes Gewissen. Ich werd, glaub ich, wirklich in der Hölle landen, wenn ich die Kuh jetzt töte. Aber ich muss das, glaub ich, jetzt machen. Die arme Bertha. Du hast doch bestimmt noch was vor. Werde das gestohlen, wenn ich das jetzt nehme? Äh, hier. Anscheinend nicht. Okay. Ich hoffe, das nimmst du mir jetzt nicht übel. Weg mit dem Ding. Niemand schlachtet ungestraft unser Vieh. Ich hoffe, du lernst was daraus. Bin ich tot? Ist doch nicht schlimm, wenn ich mir mal was nehme, oder? Wie stelle ich das dann am besten an? Ich muss die arme Bertha hier erledigen. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Wie stelle ich das mit Bertha an? Kann ich da hochspringen? Du vergreifst dich an unserem Vieh? Na, warte. Ähm. Mist. Ich hoffe, du lernst. Ja, sieht nicht gut aus. Wie, äh, schaffe ich das? Niemand schlachtet ungestraft unser Vieh. So. Tschüss. Irgendwann kriege ich dich. Und dann kannst du was erleben. Laufen kannst du. Wie? War... Etwas schwierig. War eine... Vernünftige Lösung zu finden, sage ich jetzt mal so. Es wäre jetzt aber schön, wenn wir jetzt eine Rüstung für die Banditen kriegen würden. Weil wir Teil davon wären. Irgendwann haben wir schon mal ein vernünftiges Schild. Okay. So. Versuchen wir hier nochmal hochzukommen. Also reinzukommen. Das sah übel aus. Das sind unsere Tiere, du Mistkerl! Haben die mich jetzt erwünscht? Bleib stehen! Alles klar, unser Geschenk ist angekommen. Alles klar. Unser Geschenk ist angekommen. Ich schätze, Konrad wird nicht mehr gut schlafen. Geben wir ihm ein wenig Zeit, die Situation zu begreifen. Wann soll ich zu ihm gehen? Das hat keine Eile. Ruhe dich ein wenig aus. Geh zu Sonja und amüsier dich. Und dann besuchst du Konrad. Ich würde gerne lieber zu Nadja gehen. So. Edgar? Edgar? Okay. Dark müssen wir noch finden. Wo war Dark nochmal? Warst du da? Bauer. Wer war Dark nochmal? Finn? War ich hier Dark? Nee. Wer war Dark? Pavel? Belschuh? Gilles? Oder Gil? Gil? In gesunder Richtung? Flavio? Nehmen wir hier ja nichts mit? Ja, ich suche nur Dark. Hier gibt es auch keinen Dark. Cole? Was willst du hier? Hier oben vielleicht. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ich habe Jacks Tour geplündert. Ich habe Jacks Tour geplündert. Na siehst du, es lohnt sich mit mir zusammenzuarbeiten. So, ich will was trinken. Ich will was trinken. Was darf es denn sein? Ähm. Rum. Ich brauche einen. Und ich gebe ihm dafür... Was habe ich denn? Hier, rostige Schwerter. Alle drei. Knüppel. Dann... Ring. Ring der Holzhaut. Uh, den behalte ich. Dann die Schilder. Hier... Ich glaube, das behalte ich alles erst mal. Was habe ich hier? Hier Goldbrocken. Die Dinger brauche ich nicht mehr. Was ist das? Teller? So, eine Panne kann weg. Messer, ein ganz gewisses Messer. Kämpfen kann man damit nicht. Ja, dann darfst du es haben. So. Handel. Ich habe 75 Gold bekommen. Und hier liegen ein paar Goldmünzen unten. Auf dem Boden. Aber wo ist Dark? Wo haben wir ihn zuletzt gesehen? Ich hatte ihn gesehen. Ja, irgendwo. Los, wo? Hier irgendwo? Was? Stahlbarts Schatztru... Stahlbarts? Wer ist jetzt Stahlbarts? Was hast du hier zu suchen? Dark, bist du hier? Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Gibt es hier einen, Dark? Was willst du hier? Bist du da? Nelson? Ahoi, Fremder. Ich bin Nelson, Kartenzeichner. Ah, hier. Ich brauche eine Karte der Insel. Wegen des Einbruchs, heißt mal. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wurde gestohlen? Ein wertvoller Ring. Den habe ich von Kommandant Carlos persönlich bekommen, weil ich ihm eine Karte der Insel angefertigt habe. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Hm, eigentlich niemand. Doch warte mal. Natürlich. Mo aus der Schlachterei war hier. Er hat mir meine Lieferung Fleisch gebracht. Sonst noch wer? Der Tagelöhner Doyle hat mir einen Fisch verkauft. Und genau, Pavel, einer der Knechte von Flavio, hat mir ein paar Wolfsfälle verkauft. Äh. Ich brauche eine Karte der Insel. Ich brauche eine Karte der Insel. Wofür? Es darf doch niemand die Stadt verlassen. Gibt es da nicht so ein Gesetz? Das wird mich nicht lange aufhalten. Nun, wenn das so ist, dann will ich dir eine Karte zeichnen. Okay, was verlangst du für die Karte? Was verlangst du für die Karte? Oh, ich werde sie dir zu einem angemessenen Preis überlassen. Aber darüber können wir reden, wenn sie fertig ist. Okay, äh. Wie lange wird es dauern, bis die Karte fertig ist? Wie lange wird es dauern, bis die Karte fertig ist? Oh, das geht nicht so schnell. Eine gute Karte braucht viel Zeit. Finde du erst einmal einen Weg aus der Stadt. Wann kannst du dir die Karte abholen? Okay. Doyle. Äh. Warte mal. Äh. West. Äh. Braucht einen Ruhm. Finde den Spitze. So, Vasily Doyle Pavel. Doyle Vasily Moe. Moe Doyle Pavel. Es ist überall Doyle. Ich kenne deinen Spion. Ich kenne deinen Spion. Hast du ihn auch schon gefunden? Und mit ihm gesprochen? Bisher noch nicht. Dann solltest du das tun. Erstmal bringe ich, äh, Jack seinen, seinen Ruhm. Ah ja, und, äh. Wo war denn der Ring? Warte mal, äh. Hier haben wir schon mal einen Ring. Hier brauchen wir noch einen Ring. Und eine Halskette. Okay, Rüstung, Halskette, Helm. Das fehlt uns noch. Okay, und wo könnte Doyle sein? Jack. Hier ist doch ein Rum. Hier, hast du einen Rum. Als Seemann zieht der früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Okay. So, und wo ist Doyle? Ah ne, das führt zu Carlos. Zu dem will ich nicht. Obwohl, das müsste doch irgendwo... Weg nach links... Ja, hier. Warst du Doyle? Ne, du warst Tony. Was gibt's? Warst du Doyle? Wache. Schmiedeknecht? Ey, es gibt Arbeit. Ey, es gibt Arbeit. Was? Alvaro hat Arbeit für dich. Der Alte schickt dich? Was will er denn? Es gibt einiges zu schleifen. Ach so. Na dann. Okay, wo ist der andere Schmiedeknecht? Ich wusste nicht, dass die hier sind. Ähm. Wer ist denn der andere Schmiedeknecht? Nee, er ist das nicht. Wer könnte alles hier ein Knecht sein? Ähm. Erst würde man ein Grollen. Also, ähm. Gefangene Schatzsucher. Also, alleine ging es... Walter braucht eine Pause. Äh. Musst du vorsichtig sein. Die sind... Wer fürbchenzeit. Danke. Äh. Mach mal eine Pause. Äh. Und wer macht meinen Job? So, warte, Walter, Walter, Alvaro. Wenn das wirklich stimmt, sind wir alle verletzt. So, das bricht er noch zusammen. Ach was, er ist stark wie ein Ogre. Aber, auch ein Ogre, ja. Aber die Arbeit muss trotzdem getan werden. Ja, klar, und den Bürger nicht ist wirklich... Wir haben ihn einfach in der Festung geworfen. Ob er ihn nicht mal ausbelastet? Ja. Das glaubt einem Karsili, Seemann. Kann ich mit Dingen nochmal reden? Hier, Buddy. Was ist in den ganzen Kisten? Was ist in den ganzen Kisten? So schwer wie die sind, müssen da Steine drin sein. Weißt du, was drin ist? Das meiste sind Handelswaren. Gewürze, Fälle, so ein Zeug halt. Und wem gehört das? Jetzt gehört ja alles dem Orden. Die benutzen das Lagerhaus für ihre eigenen Zwecke. Und wofür? Sie lagern seltsame Artefakte ein. Sachen aus den Ruinen. Hm. Äh. Ne, ich hab deine Rüstungsplatten. Ich hab deine Rüstungsplatten. Du hast was? Ach, du bist ein ganz mieser Dieb. Genau wie du. Okay, ich will ihm jetzt aber nichts, äh, abluchsen für die Dings. Ähm. Warte mal, gibt's hier? Düter? Nico? Ingwer? Wer bist du? Patty? Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Wie kommt das hier? Hier hast du ein Bier. Trink erstmal einen. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Hm. Das ist gut. Äh. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin? Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wär ich gar nicht mehr hier. Wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, hab ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wär ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Okay, was genau willst du da draußen vor der Stadt? Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst. Ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nämlich auch. Hm. 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 Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Na schön. Wenn du es unbedingt wissen willst. Ich suche meinen Vater. Ach was. Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov. Oder jemand seiner Mannschaft. Ja, da war was, was ich vergessen habe. Seine Klamotten. Wegen deines Vaters. Kapitän Romanov sitzt in der Hafen-Kalzelle. Kapitän Romanov sitzt in der Hafen-Kalzelle. Aha. Dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Hm. Über deinen Vater jedenfalls nichts. So, so. Na dann. Vielleicht sollte ich ihn mal nach deinem Vater fragen. Ja, vielleicht solltest du das. Okay, äh, wegen deines Vaters? Wegen deines Vaters. Ich hab bei Ericsson diesen Schlüssel gefunden. Ich hab bei Ericsson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her. Hm. Er trägt die Initialen meines Vaters. Kein Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo. Äh, du willst also aus der Stadt? Äh, wie soll ich da... Äh, und wie soll das gehen? Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich hab nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll, als die beiden Haupttoren. Okay. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Äh, ich werd dir helfen, die Stadt zu verlassen. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist dir rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das waren nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt herausweist, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Okay. Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der mit Artefakten handelt, oder? Frag doch mal den Kerl da drüben. Sein Name ist Düter. Der versucht schon seit Tagen, seine heiße Ware zu verkaufen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Okay. Was zum Gürger ist da passiert? Nico? Düter? So, aber ich suche noch jemand anderen. Hier, wer bist du? Seemann. Und noch eine Wache. Patty ist empathisch bis jetzt. Was haben wir hier eigentlich? Ich glaube, hier kann man auch saufen. Nicht, wenn ich es dir doch sage. Hey, aber... So. Nico, wer bist du denn überhaupt? Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Was? Lass mich einfach in Ruhe trinken. Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Okay, äh... Dieter. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Ähm... Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Äh... Woher stammt dein Artefakt? Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay. Ich denke drüber nach. So, aber ich suche immer noch Dolf. Wenn das wirklich stimmt, sind wir alle verloren. Wo war Dolf nochmal? Das war Nelson. Bist du Dol? Ne, du bist mein Bauer. Wache. Costa. Elias. Bürgerin. Ah, hier kann ich mein Leben aufladen. Okay, wieder ein Wasserdruck gefunden, womit wir unsere Dings hier, äh, sparen können. So, habe ich eigentlich noch irgendwas ansassen? Die ich gerade so für meine Rüstung gebrauchen könnte? Ne, ich habe kein Amulett oder sowas. Bist du Dol? Bauer. Hier lebt auch kein Dol. Bist du Dol? Finn. Okay. Weiter nach oben geht's hier nicht. Nein. Ah. Und schon wieder ein bisschen Leben verloren. Kabel. Weltschwur. Ja. Bist du Dol? Blümblatt. Nein, nein. Okay. Sonst gibt's hier oben nichts. Herztruhe. Flavio, kannst du mir sagen, wo Dol ist? Coal? Gibt es einen Grund, warum du hier bist? Ähm. Was ist das für eine Hütte? Wieso kann man da nicht rein? Nein. 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 Gibt's hier was auf den Dächern auch? Na komm, spring da hoch. Das wär jetzt was. Aber wer war Dol? Oder wo finde ich ihn? Hast du keinen anderen, den du voll quatschen kannst? Halte deine Finger bei dir. Ich suche Dol. Oder... Mau? Äh. Was weißt du über die Einbrüche? Was weißt du über die Einbrüche? Hey, mir ist schon klar, was du denkst. Der Mo liefert das Fleisch aus. Der steckt mit drin. Aber du irrst dich. Eure Wertsachen sind mir egal. Ich brauche nur Musik und Bier. Hm. Na schön. Dargel? Wer war Dol? Ich hab den schon mal gesehen. Genauso wie da. Nur wo hab ich die gesehen? Das ist jetzt die Frage. Hier haben wir eine Halskette. Schiffsoffizier. Olga? Geht's gut. Und dir? Carol? Ist was... Nee, ich lass dich weiter baden. Erzähl mir was zu dem Schlüssel, den du bei dir hattest. Erzähl mir mal was zu dem Schlüssel, den du bei dir hattest. Wenn ich dir sage, wem der Schlüssel gehört, kann ich mich ja gleich begraben lassen. Verschwinde. Aus mir kriegst du nichts heraus. Okay, der sagt gar nichts. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao. Ich bin's. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge.